ja ok 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 so weiter geht's wir kommen hier zurück zu der sie ich habe mal so extrem auf der karte geguckt die karte ist natürlich also die ist schon etwas größer nicht ganz so groß wie cerno würde ich jetzt mal so sagen aber warum ist hier loot wo bin ich denn eispicke warum kann ich die nicht da wie cool ist die denn die eispicke kann die gar nicht mitnehmen ich würde gern mitnehmen die eispicke hat so viel kram bei leute oder das fleisch ist schlecht oder das ist schon ein bisschen rund sich ich weiß dass im winter kommen die anklubst die angel brauchen wirklich diese angel ich möchte eigentlich noch mal angeln gehen was ist das überhaupt rainbow rounds ist auch mordet 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 so dass da das da brauchen wir den da fehlt mir sowieso die hälfte das ist noch in ordnung das tun wir dahin die waffe können wir da mal hin tun doch die kriegen wir gleich mit das werden wir essen dosenöffner wo ist denn der dosenöffner da blind dunkel ne ach no ich wollte mit euch richtung ich weiß nämlich so jetzt wo ein air force immer so ein kleiner flugplatz eher viel oder so sein soll so ungefähr wichtig wichtig hochlaufen aber wenn es jetzt dunkel wird so kann man hier das server ist das weiß ich jetzt auch nicht so das machen wir hier das machen wir da wir haben auch noch kein film wir haben zwar einen rucksack aber es könnte noch ein bisschen größer sein würde ich das wegschmeißen das da das da naja kommt den mal auf die drei klimmetol da können wir die berge mit hoch da können wir die berge mit hoch wird das jetzt so schnell dunkel leute meinten cut Arsenal das sind doch die die nehmen wir mit packt ihr aus vielleicht können wir die stecken kann auch sein dass das server ist weiß nicht wann das ist ich weiß nicht wann das ist papier mit wegen feuer und so sich allzu dunkel wird dann kann ich auch hier oben noch mal gucken bevor wir loslaufen ich bin ja ganz so an ich bin ach so in diese richtung richtung norden ist die nacht auch halt kurz ich weiß es nicht die schnell dunkel werden wir die nacht auch nicht so lange dauern wir müssen ein bisschen laufen das gehört dazu sie einfach nur nördlich da gibt es auch ganz viele bären da oben habe ich gelesen weil ich jetzt hier lang laufen würde richtung westen laufen wir quer über die ganze map doch etwas größer aber ich möchte erst mal mich nur auf der rechten seite sozusagen aufhalten es ist sehr dunkel muss man auch mal testen hier auf dem server wie dunkel wird es denn hier denn jetzt hier ist es ein paar aus ich bin jetzt werde ich in der in der in der durch den bald ist aber eine schöne stimmung da kommt stimmung auf machen wir das hier auch noch mal aus das weiß ich bloß nicht richtig kommt man doch die andere batterie mitnehmen sollen und es kann jederzeit was passiert und braucht hier nur ein anderer spieler hoffen ja der sieht mich hier angeflitzt nicht angeflitzt kommen mit tatschen lambe in der hand mach mal aus die lampe ja los dass die lampe ausmachen was denn da oben die milchstraße zieht ihr noch was nieder lauf 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 ist doch irgendwas doch nicht okay ich würde sagen ich würde euch nicht weiter ärgern ich würde man schnitt machen ich hoffe da passiert nichts bis gleich kaum ist die nacht vorbei und es ist später am abend und zack ist man in der warte schlange ist das nicht was schönes ich finde es gut ich würde mal sagen wir warten ab wenn das nicht allzu lange dauert das geht eigentlich schnell warum soll ich hier schneiden man muss auch mal diese wunderbare warte schlange zeigen ja und dann muss ich euch gleich noch was zeigen weil wir gehen rein ich bin so lost das kommt wenn man vorher auf dem vanilla server gespielt hat ohne mods ich werde euch das gleich zeigen ja warum ist mir das vorher nicht aufgefallen ich weiß es nicht ihr werdet gleich sehen wir sind gleich im spiel und dann schauen wir mal wie lange wir noch leben werden soll ich euch das mal zeigen erstmal gehst du jetzt im busch und packt die taschenlampe weg haben wir noch etwas zu essen was wir benutzen können bevor wir alles verlieren so wenn das server schon voll ist das haben wir das packen wir da hin das packen wir da hin so viele messer hier so viele knochen warum kann ich die nicht stacken natürlich kann ich die stacken warum sagt man das denn kein ich weiß gar nicht habe ich jemals das seil noch brauche das ist jetzt packen wir das besser das ist doch gut schön tetris gespielt so ein bisschen tetris so ich drücke mal m soll ich noch was sagen zum thema wo laufe ich hin und dann gucke ich extern noch auf der map statt ich mal m drückt und dann einfach mal guck so ungefähr wie groß die karte ist übrigens hier rechts ist so ein symbol wie weit können wir denn da ran so wie weit geht das denn bitte ich das bin ich sieht man das überhaupt das wird immer kleiner jetzt sieht man das vielleicht besser also da bin ich und hier überlebende 70 stück ja also voll ja hier die spielzeit und so neun uhr morgens anscheinend zweiter zeit 16 30 wieder nachmittag freitags heute 16 august auch mal am rande erwähnt weil ich ja vor produziere weil ich die nächsten tage nicht so wirklich zeit habe ja wir sind ich bin ich bin ich will eigentlich nein 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 rolling hills hier oben ist irgendwo ein airfield oder ich glaube da air force oder air force base wird ein airfield sein hier okay jetzt bin ich da backcamp backcamp können nicht weiter können wir nicht weiter nach muss ranzoom und da okay muss erst mal ein bisschen klarkommen damit wir werden in die straße zurück nach oben folgen wir müssen eigentlich nur richtung norden weiter richtung norden da denn die richtung jetzt gehen wir hier erstmal looten oh oh ne ne habt ihr keinen delay weil viele leute und so umserver sind das ist natürlich die frage na mit dem looten wo können wir zwei das kampfstiefel was sind die so groß knie ohne tour was knie hohe tun was das kampfstiefel was sind die so groß knie ohne tour was knie hohe tun was das ist ja los ganz ehrlich ich möchte mal fighten der hat mich doch schon hängt das eigentlich was wenn ich ja jetzt wirst du wo der ist ne oben eigentlich Kommt doch rein und holt mich, kommt doch rein und holt mich. Toll. Soll ich das denn wieder jetzt... ...und hier eigentlich. Ist ja auch blöd, ne? Ja, wo ist er denn? Gar nicht gut. Steh doch auf. Der wird da oben sein und auf mich warten. Keine Ahnung. Meine Cheats, was hab ich noch in der Hose? Gibt es hier überhaupt Blut? Das sind Handschuhe. Taktische Handschuhe. Taktische Handschuhe. Nicht mit dieser Waffe hier, ey. Gott, hab ich schon lange nicht mehr geschossen. Keine Ahnung, wo der hinten ist. Vielleicht da drüben jetzt. Da ist ein Helikopter. Vielleicht ist er hier am... Wir haben so ein Fenster rumstehen. Wollte ich sagen. Am Camp oder so. Oder huckt irgendwo in der Ecke. Oder... Man weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Wie ist der Tat? Wo schieße ich denn hin? Ich bin so lost. Ich bin so lost. Was war das denn bitte? Das war so klar? Wie schlecht bin ich denn gerade gewesen? Oh Leute. Ich bin zu schnell rein, ne? Was ich da veranstaltet habe, muss ich mir selber nochmal angucken. Was war das denn bitte schön? Was war das denn? Habe ich da voll verrissen oder... Ich habe geschossen, aber in der Zeit, wo der nach rechts irgendwie weg ist? Was? Was war das denn? Oh no. Ja, aber ganz oben hat er, ne? Was war das? Was? Hm. Hm. Okay. 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 Mhm. Mhm. Jetzt geht das hier richtig los. Oh, den Spawn kennen wir doch. Was ist er. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Sie sind sehr stark. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher. Hm. Das war ja wirklich, wirklich richtig, richtig gut von mir. Hau ich da die Kugeln raus? Oh no, Alter, das... Na jo, na jo. Ist das halt so, ne? Was ist das denn hier? Einfärbungswerkbank. Jo, wer es braucht? Die Frage ist, jetzt geht das nämlich los, wenn ich weiß, hier ist Kari, muss ich gucken, wo ich überhaupt bin. Wo bin ich denn über... Hier. Red Lodge, dass wir da hochlaufen, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Markierung, nur ungefähr, dass ich weiß, wo ich hin muss. Drücken wir K. Drücken wir K. Achso, das ist der Alte und ich muss glaube ich da hin. Der hier. Den anderen müsste ich löschen. wird sowieso gleich die Folge beenden. Durch den Anfang von der Dunkelheit, durch den Übergang, also durch den Schnitt, muss ich ja die Minuten noch anrechnen, zu diesem Teil. Und, ja. Oh, Mann. Na ja, PvP war da, aber von meiner Seite total... Hm. Oh, Mann. Na ja, weitermachen. Können wir wieder looten. Looten, looten, looten. Und derjenige darf erstmal sortieren. Ich glaube, meine K-Taste geht nicht. Weil, musst du mehrmals drücken, dass das kommt hier. Ich glaube, die hat Backelkontakt. Backelkontakt. Oh, vor allem Backelkontakt. Die Tür ist zu. Mach die Tür auf. Ich muss die Tür aufmachen. Kotz. Ne? Dass er damit schießt. Und dann muss ich schießen. Und dann... Wo hab ich dahin gezielt? Also, das ist ja echt... Ja, so ein richtiger Fehl. Fehl, Fehl. Was ist das denn? Motorisch. Fehl, Fehl. so ich muss die folge werden ich gehe mal hier in die tanne wir sehen uns in der nächsten folge dann geht es weiter tschüssi